Ja, wo ist denn dieses hässliche, goldene Ding jetzt? Ach da. Hab ich die Dubstep-Kanone? Nö. Sieht nicht so aus. Hey, hey, hey! Was zum Teufel ist denn das? Ich komm raus und hier ist der Teufel los. Jetzt passt deine Ruhe, ich hab mich ein bisschen geprügelt. Die haben mir meine Superkräfte kurz genommen. Ja, ich... Arschlöcher. Ja. Gleich. Ja, ist ein Superheld und kann nicht mal so einen billigen Zaun umtreten. Doch, ey, äh, was soll ich sagen? Ja, keine Ahnung. Was soll ich sagen, das Arsenal gucken oder was? Äh, ja. Ich glaub, wir müssen ins Waffengeschäft, um die Dubstep-Kanone zu kriegen. Ähm, sprint unbegrenzt. Das machen wir als nächstes, oder? Würde ich auch mal sagen. Ah, das klingt gut. Mission starten. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ah, Tabulator. Okay, alles klar. Hab sie doch nicht. Egal, start einfach. Ja, hab ich schon. Warte mal, ruf sie nochmal auf, bitte. Kannst du nochmal aufrufen, die Mission? Äh, die gibt's nicht mehr. Ich hab sie ja schon abgegeben. Ich glaub, man muss sie im Waffengeschäft kaufen. Glaub mir. Warte, nein, nein, nein. Ich mein das mit dem Sprint. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Warte, 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 warte. Also, ich bin schon auf dem Weg zu der Mission. Wie heißt die Mission? Äh, Spiel im Verkehr. Spiel im Verkehr? Ja. Spiele im Verkehr, oder? Nee. Ja, das... So heißt... Ja, egal, ich flitz jetzt hin und dann wird's sowieso wahrscheinlich mitgewarbt und fertig. Dann hat sich das erledigt. Ich bin gleich da. Ich bin zwar noch tausend Meter entfernt, aber ich bin gleich da. Ja, weil du musst... Eigentlich musst du nichts machen. Eigentlich kurz auf Aufträge und nochmal die Mission anwählen. Okay, komm. Damit ich sie auch annehmen kann. Also. Anordnung des Präsidenten. Ach, sieh. Huch. Warte. Ach. Aufträge. Anordnung des Präsidenten. Ja. Ich bin schon gleich da. Oh. Ja, ich mach doch schon mit. Was hab ich denn gemacht, dass ich angegriffen werde? Hallo? Keine Ahnung. Hä? Du hast das andere angenommen, oder? Keine Ahnung. Du musst ja nur lesen, das mit unendlich Sprint als Belohnung. Hab ich doch. Das ist richtig gut. Ja, aber jetzt muss ich woanders hinrennen. Warte. Das war Sprint, unbegrenzt Sprint. Belohnung, unendlich Sprint. Oder? Ja. Ups. Wow. Ich seh aus wie so eine Medusa. Medusa. Oh, Mann. Also, ich bin schon fast am Arsch, Alter. Und wo ist dieses häusfestige, goldene Ding, Mann? Ich bin schon... Ich bin gleich da. Töte das Ziel. Ah, okay. Welches Ziel? Das ist halt jetzt wieder das. Das ist halt jetzt wieder das. Oha, das ist so ein super... Super Freak, Alter. Da musst du jetzt aber echt herkommen. Boah, bewegt dein Arsch hierher. Der ist ordentlich böse drauf. Und hat auch noch lauter Aliens mitgebracht. Ja. Ja, genau. Was geht? Ich muss ganz schnell ein Telefonat führen. Ganz schnell. Nein, ich bin tot. Ich auch. Boah. Ja, die ganze Welt dahinter uns her gewesen. War ja klar. Ja. Ich bin schon angewählt. Ganz plötzlich tausend Leute hinter dir. Das tötet das Ziel. Okay. Jetzt ist niemand hinter uns her. Tötet niemanden. Jetzt töten wir nur unsere Ziele. Da, 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 da. Du Penner. Eins hab ich umgelegt. Lol. Na toll, schon haben wir das an der Backe. Ja, Bullen. Keine Aliens. Bullen gehen noch. Ich hol mir das andere. Wo ist der Penner? Der jumpt da rum. Hallo? Du Drecksack, Alter. Deswegen, ich scheppere dir eine, Alter. Zack. Komm her. Bam, bam, bam. Halt ihn auf. Ich werde jetzt den Panda Destructor Mode machen. Ich mach hier grad den. Aua. Wo ist er hin? Ah, ich hatte ihn doch grad. Der haut ab. Bam. Dropkick in die Fresse. Da, da, da. Bliegen die Penner. Das war's. Ziele eliminiert. Drecksack. Stirb. Da. Da treten wir die Leiche noch. Los. Da. Da. Ich schnapp mir kurz das goldene Ding, gell? Ja. Und ich mach hier grad die Bullen fertig. Yeah. Bam. Herzlichen Bullen. Okay, wir müssen noch Sin-Truppen besiegen. Mach' ma, mach' ma, dann haben wir unendlich Sprint. Das ist geil. Mach' ma alles. Mach' ma alles. Und nach dem machen wir mal eine Hauptmission, würde ich sagen, oder? Ja. Aber ich glaub' so viele Hauptmissionen kommen gar nicht mehr. Spielen ja schon ewig an dem Game schon wieder. Oh. Da oben sind die Sins. Hab' ich ein Scharfschützengewehr? Keins. Aber Raketenwerfer. Das ist doch was. Bin da oben. Ja? Ja? Okay, ich komm. Ich hab' eigentlich so von der Ferne kurz alle so einen Headshot verpassen wollen. Aber gut. Wenn du so rein willst, auch kein Problem. Okay, ich verpiss mich wieder. Sind doch alle tot. Komm' da oben, Mann. Das war's. Yeah. Pass auf, Granate. Boom. Fuck. Okay, Panda. Und nun? Ich geh' das goldene Ding jagen. Dann beeil dich mal. Ich hab' aber keine Ahnung. Ja, ich jage ein Gold. Das ist eine Überraschungsein hinter euch, Junge. Ja, bleib stehen, du scheiß Ding. Was ist? Alter. Was ist? Ja, ich hab's. Was müssen wir jetzt machen? Wieder weiter, oder was? Viele im Verkehr, steht da. Ja, das war vorher schon. Ja, haben wir jetzt unendlich Sprint oder nicht? Noch nicht, nee. Die Mission ist noch nicht vorbei. Haben wir jetzt überhaupt die richtige ausgewählt? Ich hoffe. Guck halt mal. Ja, nee, das ist noch immer die, die Lauffort, die ist ja fortlaufend. Die ist erst vorbei, wenn er sagt, kommt zu mir zurück ins Schiff und holt eure Belohnung ab. Dann ist sie vorbei. Dann ist sie vorbei. Ja, ich bin jetzt aber schon wieder bei der Mission hier. Ja, okay. WTF? Und da müssen wir... Oh, nee. Echt jetzt. Oh. Was ist das? Ach, nein. Betrug. Komm, Alter. Los geht's. Was willst du da machen? Kann man das kaputt machen? Was müssen wir da machen? Ran du zu dem einen, ich ran zu dem anderen. Wir müssen doch da irgendwas zerstören, oder wie war das? Oh, ja. Ja, ist gut. Ach so, du musst... Ach, die Scheiße schon wieder. Was denn, was? Dich wieder so hinfallen lassen. Ach so. Ja, und warum sind dann hier die Sterne? Alter. Okay. Jetzt wollen wir gegen das Auto rennen. Ich mach' ein Rad. Ich mach' noch'n Rad. Und noch'n Rad. Oh mein Gott. Du musst dich halt auch gegen die... Oh, das gibt viel Kohle. Nein. Boom. Das muss halt auch explodieren. Das wär' viel besser. Warum explodiert es nicht? Explodiere. Ja, genau. Kriegen wir das hin? Oh Gott, keine Ahnung. Du bist so'n cool. Ja, ja. Ja, ja. So ein Schwachsinn, Alter. Das ist so cool. Lass mich durch. Quatsch. Weiter, weiter. Ich muss mich ewig lang drehen. Alter. Okay. Aua. 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 Okay. Das war nicht schlecht. Wir haben es gleich geschafft. Du musst alle Laternen mitnehmen und dich gegen Schilder klatschen lassen, gegen Autos, einfach alles. Es gibt viel mehr Punkte. Oder, oh, bringt viel mehr, aber wie ich kein einziges Schild gerade treffe. Mist. Wir haben noch vier Minuten Zeit. Ja. 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 Ist klar. Ah, das ist so eine verklopfte Kacke, Alter. Wie lieb ich, weiß Gott, vorhin. Ja. Ich auch. Ich sehe aus wie eine fette Rollende-Pandamuss. Okay, Bronze haben wir schon mal. Wir haben wenigstens das Level geschafft und kriegen jetzt unendlich Sprint. Okay. Vielleicht. Vielleicht. Was heißt hier vielleicht? Müsste eigentlich sein. Ich roll mich mal wieder in den Berg runter. Das ist so schlecht. Weiß nicht. So. Schaffen wir noch Gold? Globiniert ja auch noch. Oh, bin ich. Oh, meine Fresse. Das tat sicherlich weh. Oh. Sch. Wuhu. Wuhu. Bats. Oh mein Gott. Es ist so lustig. Ich fliege durch die halbe Welt, Alter. Wuhu. Wuhu. Ja, ich auch. Ah nein, jetzt bin ich gegen den Hausland geflogen. Oh, voll gegen den Zaun. Jetzt voll. Oh. Ich wollte eigentlich voll gegen den Lastwagen jetzt krachen. Egal, das schaffe ich nicht. Das ist mein Herz. Quats. Nein, er nimmt mich mit. So, äh. Es ist gleich soweit. Zwei Minuten noch. Keine Autos weit und breit. Das ist natürlich gut. Oh, scheiße. Ich muss nochmal Anlauf nehmen. Ich will volle Karacho jetzt hier in die Tankstelle rein. Und am besten wäre es, wenn es noch explodieren würde, aber das weiß ich nicht. Ja. Aua. Ich habe gerade 500.000 Punkte auf einen Schlag gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter. Okay. Okay, okay. Noch eine Minute. Ja, schaffen wir es ja. Na, glaube ich nicht. Guck mal, wie viel wir noch machen müssen. Und jetzt rein, jetzt... Ach, verdammt! Ich will immer in diese... Ich will, dass die explodiert. Das gibt's doch nicht. Ja, Mann. Ja, Mann, genau so. Jetzt. Jetzt gibt's richtig übel Cash, glaube ich. Oder auch nicht. Roll dich weiter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. 36 Sekunden. 36 Sekunden. 29 Sekunden. Hey, vielleicht schaffen wir's doch noch. Vielleicht schaffen wir's doch noch. Ah, mein Adrenalin geht runter. Oder unser Adrenalin. Oh! Aua. Aua. Okay, fertig. Das war's. Da ist er. Ja, egal. Wir haben's geschafft. Passt doch. Okay. Das war nicht schlecht. Okay. Jetzt haben wir hoffentlich unendlich Sprint. Ich hoffe es. Ich hoffe es so. Alter, dann renne ich nur noch durch die Stadt die ganze Zeit. Und 20 Mal im Kreis. Oh, ich bin tot. Und? Und? Ich teste es mal. Nö. Ziel erreicht. Richtig. Okay. Okay. Und? Warte mal ganz kurz. Schließe den Hotspot. Och komm. Ja, wir müssen noch eine Mission machen. Ja, ja, ich bin doch schon. What the fuck? Oh, jump hier durch. Jump hier durch. Wuhu. Juhu. Juhu. So. Äh. Ich bin schon da, ne? Das ist so eine riesige rote Kugel. Ich bin auch da. Ah, okay. Mehr Energie wäre auch mal nicht schlecht. Ich würde irgendwie so... Verdammt, verteidige mich. Äh, ich versuch's. Wo bist du denn? Fuck it. Vergiss es. Dann mach ich das. Verteidige mich. Alles klar, das war Nummer 1. Auf geht's zu Nummer 2. Da drüben auf dem... Auf dem Dach. Wieder mal. Nein. Jetzt. Brauchst du Hilfe? Nö. Ich glaube, ich schaff's so. Außer es kommen noch mehr. Dann wird's übel. Äh, ich glaube, ich brauch doch deine... Da kommen nämlich noch mehr. Was zur Hölle, ey. Manchmal seh ich gar nichts mehr, weil das so... Alles bebt und alles ist so... Ah. Ey, gib mir auch. Ach du Hund. Auf die Kugel schießen. Hab ich schon. Jetzt, zack! Weg mit dir. Jetzt verteidige mich. Ja, da kommt nichts mehr. Machen platt! Oh yeah! Oh yeah! Okay, ab geht's zum Letzten. Aber ey, mittlerweile haben wir jetzt doch schon voll den Durchblick. Bei dem Game. Am Anfang nicht so, aber jetzt. Der Zeit. Alter. Alter, wie viel hier los ist jetzt schon wieder? Boah. Ich bin gleich tot, ne? Guck mal in die Luft. Da sind die meisten. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein! Ich bin auch tot. Naja, das... Du darfst ja nicht reinspringen. Das ist das größte... Das ist der größte Fehler, was wir machen können. Da reinspringen und voll auf. Hier sind die meine Sniper. Ich will die Dubstep-Kanone jetzt endlich haben. Wir haben die doch schon, die Dubstep-Kanone. Wo denn? Da müssen wir ins Friendly Fire gehen. Ja, egal. Jetzt machen wir kurz noch die Mission. Zu uns... Zu uns... An so einem... An so einem Portal gehen. Ja, genau. Jetzt müssen wir alles von vorne machen, oder was? Nein, ja, ja. Ja, ja, klar. Ich mach das eine auf dem Dach, du das andere. Schaffst du das? Ja, da schaffst du das. Ich springe aber nicht so rein, also... Du bist nicht Superman. Du bist... Super Panda. Ja, Super Panda bist du nicht. Ich mach das jetzt auf meine Art. Ey, bei mir ist gar nichts los. Das ist sehr gut. Okay, meins ist deaktiviert. Warte, ich komm gleich. Halte durch. Bam. Boah, von allen Seiten. Also ich hau da mal ab. Von allen Seiten schon wieder. Erstmal die in der Luft abballern. Das ist das... A und O. Weil die machen richtig einen bösen Schaden. Ich bin doch da. Ich räume auf grad. Gut. Gut, gut. Jawoll, ja. Ich mach's aus. Ja. Ja. Ich mach's aus. Ja. 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 Nice. Sehr schön.